noch mal ein herzliches willkommen an sie alle und an unsere zuschauer zu hause an den endgeräten wie gesagt erste ausgabe wir sind alle ein bisschen aufgeregt premiere des wirtschaftstalks köln und unser thema heute ist ki künstliche intelligenz wir legen auch direkt los ich würde mal anfangen mit professor dr thomas barz beyerlein thomas ist managing director des instituts for data science engineering and analytics an der th köln thomas eure studenten studieren ki was lernen die da genau die lernen nicht nur ki die lernen einerseits das ingenieurwissenschaftliche grundwissen wie das verknüpft wird wenn der informatik und da ist ki nur eins von vielen tools die genutzt werden können die momentan sehr gehypt werden und deshalb haben wir auch sehr viele studierende wir haben zum beispiel studiengänge da haben wir insgesamt international fünf bis 600 bewerbungen für 20 plätze im master studium automation in it zum beispiel wo dann die ki auch entsprechend eins der wichtigsten themen ist und wenn man sich jetzt anguckt was momentan industriell passiert kommt man um die kann ich darum und da sind wir unterwegs insbesondere technische systeme so zu optimieren so zu verbessern dass sie günstiger werden weniger umwelt schädigen besser verstanden werden und schneller natürlich in markt gebracht werden kann und da sind wir eng mit der industrie verknüpft das ist ein wichtiger standort vorteil gerade von der th köln als technische hochschule und das ist sehr stark gefragt von studierenden industrie ist unser stichwort dr robert zolls chief digital innovation officer und geschäftsführer von rewe digital ihr seid industrie ihr habt aber auch schon vor vier jahren ein ki manifest verfasst das was ihr damals geschrieben hat steht das heute noch so oder müsste das jetzt umschreiben ja das ki manifest war etwas was wir damals auch gemacht haben weil es in brüssel auch mal angefragt wurde ich weiß nicht ob wir das alle wissen aber wir haben ja da die einige menschen aus deutschland in brüssel in den entsprechenden gremien und die frau von der allein hatte sich damals zu diesem thema ziemlich stark aus dem fenster gelehnt aber hatte aus deutschland eigentlich weder von den universitäten noch von den industrien so richtig irgendwie unterstützung bekommen und hatte dann auch angefragt in die verschiedenen großen unternehmen und da wir zu dem damaligen zeitpunkt schon längst unterwegs waren mit dem zeug bot sich das einmal an und ich würde nicht sagen dass es up to date ist das manifest weil die letzten vier jahre ich glaube das weißt du auch das hat sich so schnell entwickelt dass man eigentlich nachschärfen müsste aber es ging am ende um die wirklich ethischen gesichtspunkte die so manifest für die entwickler also für die ingenieure eben auch darstellen muss insofern wenn man das thema generell außen lässt ist es schon noch relevant und ich glaube das war eine wichtige erkenntnis damals schon aber im vorgespräch hat man ja gesagt also bei mir war das schon wieder aus dem gedächtnis raus erst passiert viel mike ausendorf digitalpolitischer sprecher der bundestagsfraktion bündnis 90 die grünen ihr beschäftigt euch auch viel mit kai und habt gerade vor drei wochen eine kai konferenz ins leben gerufen und hatte da auch großes programm 30 redner davon zwei minister und 14 workshops und was war denn für dich von dieser konferenz das spannendste oder der besondere lern effekt also erstmal das ist die digital politische konferenz der grünen bundestagsfraktion die findet seit über 15 jahren stadt immer zu verschiedenen themen diesmal war das schwerpunkt thema kai shaping a wie regulieren wir und wie nutzen wir vor allem die chancen also wir wollten schon beide seiten der medaillen abklopfen eben andererseits die risiken zu managen und auch zu benennen und auf der anderen seite aber auch aufzuzeigen was gibt es für chancen und daher auch diese 12 workshops aus allen bereichen der der politik da ging es um landwirtschaftliche themen wie kann ich kai nutzen um bei der bewässerung zu sparen wie kann ich das bei weiter in der medizin nutzen um therapien zu entwickeln mein workshop ging es um wege in der wirtschaft kai zu nutzen also es war sehr breites spektrum und das ein learning für mich war weil wir auch vorher mit dem act auf europäischer eben immer befasst waren und der ja viele ungenrufe kam jetzt bloß nicht über regulieren das feedback von den vertretern der wirtschaft war überwiegend gut dass wir jetzt diesen act haben dass wir einen klaren rechtsrahmen haben das ist gut für den innovationsstandort europa und das war für mich jetzt keine überraschung aber eine schöne bestätigung dass wir das auf den richtigen weg gebracht haben auf den und kommen wir heute bestimmt noch mal zu sprechen erst mal bei lukas stratmann chief evangelist beim startplatz erarbeitet viele auch mit start-ups ich denke vielen hier ist die wahrscheinlich ein begriff als kölner start-up gibt es sonst noch kreieren können klar selbstverständlich also die bill als eins der unicorns als als der vorzeige start-ups nicht nur in köln sondern auch in deutschland um die frage zu beantworten der kai bundesverband hat das kann schon letztes jahr eine studie die standortanalyse zu köln herausgebracht woraus kam dass ich glaube 58 kis unternehmen in köln existieren man muss aber auf die definition achten dass es kai in einem wesentlichen teil der geschäftsfeld oder der des geschäftsmodells tatsächlich abbildet aber letztes jahr wurde die studie herausgebracht und ebenso muss man da auch im ersten moment ausklammern weil das das hat die studie einfach nicht abgebildet und das was wir jetzt sehen weil wir einfach irgendwo an der wurzel an der innovation auch mit dem startplatz ist ein ökosystem für start-ups arbeiten dass jetzt wahnsinnig viele neue gen kai oder gen ai start-ups gegründet werden da habe ich gerade mal ein wir werfen jetzt den begriff kai schon ziemlich um ist kai gleich kai oder müssen wir da vielleicht gleich am anfang noch mal eine differenzierung schaffen worüber reden wir ich will eine ganz klare differenzierung schaffen zwischen künstlicher intelligenz die meinetwegen befehle ausführt die auch wahnsinnigen fortschritt in der bilderkennung gemacht hat und der generativen künstlichen intelligenz also die künstliche intelligenz die tatsächlich neue originelle inhalte generiert und will gates hat in seiner blog schon schon letztes jahr oder vor zwei jahren geschrieben die age of a has begun also es ist eine neue zeitrechnung angekommen und vor ein paar monaten habe ich so einen humoristischen workshop in amerika gesagt gesehen da hat man tatsächlich gesagt man rechnet nicht mehr ac und bc wie vor christ sondern man sagt ac und bc bevor chat gpt die letzte runde war ac bc bevor kovit und after kovit das scheint und mir liebt das format zu sein okay wir machen einen kurzen sprung zurück november 22 chat gpt wir waren alle schwer überrascht und haben groß gestaunt war das für euch die in dem feld arbeitet auch so überraschend oder war das business as usual und wie erwartet das hat keiner erwartet also das war tatsächlich eine überraschung auch im bereich der forschung auch diejenigen die das jahrelang beobachtet haben ist straßen alle davon aber was ist denn jetzt los und das hält immer noch an also es gibt da im wesentlichen zwei fraktionen die ein die sozusagen den hype sagen und vorher nachher und so weiter und andere sagen ja aber leute haltet mal den ball flach das ist im prinzip stochastischer papagei den wir da jetzt füttern mit unseren was da rauskommt ist erstmal gucken dass das evaluiert wird und dass das tatsächlich ein fundament hat und dass es einsatzfähig ist also ich sehe das ein bisschen kritischer was jetzt die diesen hype angeht die anwendung abgesehen von diesem spielerischen umgang mit chat gpt und den ganzen konsequenz hinaus eine ernsthafte anwendung dass wir jetzt krebs besiegt haben dass wir die umweltfreundliche landwirtschaft haben dass bürokratie wirklich abgebaut worden ist und so weiter das fehlt alles wir haben super demos momentan also die ersten fünf minuten die laufen riesig die kann man dann auch schön oder so und andere sachen reinstellen aber lassen sie das mal sechs oder sieben minuten laufen oder den ganzen tag da sieht sehr mau aus also ich könnte jetzt eine vorlesung halten also wenn wir 90 minuten hätten gerne auch aus dem stand aber ich wollte das ein bisschen von einer seite beleuchten wir können wir sagen vorher noch wer weiß wie das in zehn jahren sagen wir hatten schon einige ee winter wir ändern uns was was da passiert ist also ich bin da noch ein bisschen zurückhaltend der hype ist schön vielleicht schlusswort wird von meinem part da bis super weil es uns die studierenden auch einspült die die hörsel sind wir dafür wie ich gerade gesagt habe bei den 600 bewerbungen das natürlich großartig wir haben industrieleute die rennen uns die bude ein also für die forschung ist das grandios aber müssen ein bisschen aufpassen ob das wirklich so durch die decke geht oder ob das vielleicht schon anfängt abzuflachen denn immer nur 80 prozent richtig zu haben ist nicht gut auch wenn man sagt hey wir haben uns 81 prozent nee wir haben nicht 100 prozent korrektheit und da muss man vorsichtig sein ist da eure erfahrung weil ihr nutzt ja ki auch schon ja aber mich hat es tatsächlich nicht so sehr überrascht dazu muss man wissen dass davor in der ender sozusagen in der forschung und auch zum beispiel bei den großen tech companies sei es meter also facebook oder google ja schon einiges zu dem zeitpunkt nicht öffentlich war aber diskutiert wurde und auch die fachwelt hatte darüber bevor die erste lms rauskamen diskussionen geführt ob eine wie auch immer geartete chatversion ein bewusstsein hat da gab es also in den firmen also auch richtig stress habe ich die überhaupt abschalten hat die wirklich ein bewusstsein auch weil die antworten relativ clever waren und ich glaube da hatte sich damals danach open ai den richtigen zeitpunkt rausgesucht und hat gesagt so jetzt machen wir mal einen dicken aufschlag und sind dann mit der version drei oder 35 was glaube ich dann wirklich rausgekommen das war mutig weil du sagtest nicht fertig und auch heute immer noch nicht fertig und alle anderen waren dadurch ein bisschen gezwungen nachzuziehen und heute in der in der üblichen presse und auch in der fachwelt ist ein race entstanden also wer macht was wie mit wem das ist ja nicht nur software das ist ja auch gigante schadware dahinter das haben noch viele nicht so auf der uhr also es bilden sich komplett neue rechenzentren mit hardware die wir noch nie so gesehen haben server kannte jeder oder kennt auch jeder aber das was sich da gerade abzeichnet ist echt brutal heftig und auch riesige investments eins der deutschen großen start ups was wir auch kennen also kein kölner aber zumindest in heidelberg adf alpha ich weiß nicht ob ihr das kennt adf alpha macht tatsächlich auch thema hardware das heißt also dort wird mit viel geld doch mit einem großen funding die haben als startup eine 500 mio runde gemacht also ist doch mal so das ist schon großes kino für deutsche verhältnis ja für deutsche ja deutsche verhältnis ist das schon großes kino da wird halt massiv investiert also der markt ist dadurch angeschoben worden nicht ganz so überraschend aber er ist jetzt mindestens mal in deutschland auch angekommen ansonsten würde ich schon noch sagen wir sind ein paar jährchen zurück ich bin ich bin offensichtlich von der fraktion pro hype jetzt habe ich auch gerade eben schon erzählt gpt als solches beruht auf transformer architektur und die sind schon 2017 offen das erste mal veröffentlicht es gibt diverse modelle die schon vorher nicht öffentlich zugänglich waren aber ich würde dem gerne widersprechen dass erst zu regulieren im moment also ich sehe es sogar als vorteil dass wir es regulieren regulieren können dass wir da eine stimmung haben in europa zu sagen bevor so ein technisches system die macht zum teil auch sicherheitskritische sachen also wir machen zum beispiel für geld und wasser trinkwasser überwachung vorhersage prognosen und so weiter da sind einfache standortdaten sind schon sensibel aber auch wie was wohin transportiert wird also das ist schon etwas wo man aufpassen muss ob man da mit gen ai ähnlichen tools reingeht und auch wenn es nur darum geht irgendwelche betrieblichen abläufe zu optimieren mitarbeiter zu schulen und so weiter wenn das tool zum beispiel auch in der mitarbeiter schon einfach sagt mitarbeiter fragt wo stehen jetzt in welcher abteilung stehen die spaghettis oder wann sind die geliefert worden wenn das ding anfängt zu halluzinieren dann haben sie plötzlich irgendwie einen einkauf den sie gar nicht haben wollen weil der mitarbeiter dann dem gen ai tool sagt wir haben bedarf da ist eine lücke da müssen wir das nachbestellen weil der kundenbedarf einfach da ist also ich sehe sowas kritischer weil wir nicht genau wissen was als doch das ist als ausgabe eines stochastischen systems rauskommt und da regeln festzulegen die das in fünftige bahnen lenken du als mathematiker kannst du dich ja nicht daran erinnern mit den differenzialgleichungen die sozusagen die physikalische welt modellieren wo man weiß wie so eine flugbahn voranschreitet die wird nicht weiter nach oben geht irgendwann flacht sie ab und das objekt fällt wieder auf dem boden wenn ich jetzt vorhersagen mache dann extrapoliert mein ai modell und das ding fliegt bis zum mond das kann ich durch differenzialgleichungen die ich als bereichswissen reinsetze kann ich das abdämpfen und leitplanken da reinziehen und solche überlegungen als regeln aufzustellen denke ich ist eher ein vorteil in europa im vergleich zu den sachen die gerade in den usa abgehen und das ist ja dramatisch was da abgeht ja das ist das gute in der also mit den ganzen rack entwicklungen also retriever augmented generated input also lässt sich schon auch einiges eingrenzen das ist ja genau das wo die forschung gerade unterwegs ist wir reden aber noch mal um das mal klar zu machen wir reden im moment was die chat modelle angeht über sogenannte assistenten in der forschung und auch vielleicht bei einigen sagen wir mal sehr weiterentwickelten unternehmen oder universitäten fängt man an über agents zu reden also die tatsächlich entscheidungen treffen wo dann entscheidungen auch wirklich entscheidungen sind auf basis von den assistenten und wenn man noch weiter die zukunft guckt reden wir dann über sogenannte actors also da wird es dann eher physikalisch das heißt die entscheidungen die getroffen werden werden auch von irgendetwas irgendjemandem maschinellem einer maschine irgendwann auch mal ausgeführt dann wird es richtig spannend ich glaube dass wir in den nächsten ein bis drei jahren erstmal diese agents sehen werden und da ist richtig viel raum auch für start-ups auch für universitäten sich zu tummeln ohne ende kann ich immer nur sagen also dabei dabei also aufholen müssen wir also das ist ganz wichtig weil ansonsten werden wir da abgehangen aber an der stelle ist schon wichtig dass wir eine regulierung haben also gerade bei jgbt und bei germany gab es diese beispiele ich gebe dann den namen von irgendeinem politiker ein und frage dann was ist an den korruptionsvorwürfen bezüglich politiker sowieso und wir haben das dann live im ausschuss gemacht während jemand vom algorithm watch das erzählte und dann wurde alle halluzioniert also mir wurde dann angelichtet ich sei oberbürgermeister in kremlitz bei der cdc und hätte da zurücktreten müssen alle wurde wirklich halluzioniert und das konnte man für die beliebigen namen eingeben und mittlerweile wenn man anfangen dieser art stellt dann kommt da keine antwort mehr aber das zeigt schon bei allem was personenbezogen ist und nach der datenschutzgrundverordnung ist das ja schon nicht erlaubt in dieser art da falsche sachen zu behaupten nachdem er dann schon mal gar nicht aber der baut auch auf die datenschutzgrundverordnung auf also da gibt es ja auch schon so eine regulierung und ich glaube dann ist ganz klar man muss unterscheiden zwischen anwendungen die sind einmal ohne personendaten jetzt ein agent der vielleicht bei rewe eine produktberatung macht okay das mag noch lange keine medizinischen daten verarbeitet sind das gibt es ja alles schon agents haben wir tatsächlich noch nicht und da wäre ich auch vorsichtig aber ich würde ich gerne da noch unterscheiden mit einer wichtigen generellen überlegung dass die sprachmodelle von funktionieren beinhaltet das als feature dass sie halluzinieren nicht als bug und die sind so angelegt wenn man sich das anguckt was da mathematisch passiert die müssen halluzinieren um irgendwie neue inhalte zu generen und das einfach nur zu wiederholen was ich da reingehe also kurzum ich will jetzt nicht zu sehr mathematisch werden aber das gehört dazu und wenn ich jetzt überlege ich habe mitarbeiter der kommt an einem tag der woche immer völlig unzurechnungsfähig weil er nicht zu viel alkohol konsumiert hat oder sonst was in betrieb vier tage die woche ist der einigermaßen okay aber an einem tag der woche macht er nur noch blödsinn halluziniert so jetzt weiß ich noch nicht mal an welchem tag wenn ich jetzt wüsste das wäre freitags dann könnte ich sagen okay freitags macht der blödsinn dann stelle ich den ruhig dann soll er was was ich die küche aufräumen oder sonst was in anderen tagen kann ich mit dem den wird man doch feuern also das wird uns jetzt digital präsentiert und sagen okay aber das muss noch trainiert werden dann brauchen wir mehr daten wir brauchen mehr algorithmen wir brauchen bessere algorithmen wir brauchen mehr hardware und irgendwann hört das ding auf zu halluzinieren nein das ist bei den derzeitigen sprachmodellen ein feature kein bug ich habe gerade ein weil es geht hier das ist so eine turbulente spannende diskussion und so sind so viele punkte die ich gerne aufgreifen möchte ich denke auch für unser publikum noch mal spannend eu act das ist ja nun ganz frisch jetzt auch verabschiedet vom eu-parlament und der kommission was sagt der eu act über ki also das kann man stundenlang drüber rede ich versuche mal ein paar wichtige punkte zusammenzufassen ich hatte gerade schon mal gesagt manche dinge sind okay die kann man machen ja irgendwie beratungs agents oder sowas und es gibt da so eine so eine klassifizierung nach risikoklassen die oberste klasse ist inakzeptable risiken dinge die sind schlichtweg verboten dazu gehören zum beispiel social scoring systeme was man so aus china kennt wo leute eine punktzahl kriegen anhand ihres verhaltens was kann ihr aufzeichnet und dann zum beispiel wird sich nicht mehr erste klasse fahren können oder nicht mehr fliegen dürfen also was also das ist gesetzlich durch den air act ausgeschlossen emotions erkennung am arbeitsplatz zum beispiel gehören auch dazu da sind so ein paar dinge definiert und dann gibt es eben hochrisikoklassen das hängt einmal davon ab wo werden wird jetzt eingesetzt zum beispiel kritische infrastrukturen da gelten dann besonders hohe anforderungen an dokumentationspflichten an transparenzpflichten an testvorgaben und das wird dann so abgestuft bis hin zur zur einfachsten stufe wo man sagt da ist eigentlich kein risiko das sind beispielsweise spam filter und ki die in spielen irgendwas macht so dass es dann praktisch gar nicht mehr reguliert genau das macht grob dieses diese eu verordnung die gilt unmittelbar auch wir müssen aber jetzt auf nationaler ebene uns noch um die umsetzung kümmern das heißt zum beispiel ausformulieren wie sehen diese berichte aus welche behörden sind zuständig das wird jetzt gerade im bundestag verhandelt und da ist unser ansinnen dass wir jetzt eben das möglichst bürokratie intelligent umsetzen wollen es gibt ja schon gibt ja schon berichtspflichten für die datenschutz grundverordnung kommen vielleicht später noch mal drauf die kennt jeder die findet sich ja 20 jahre unternehmer hat mich super genervt am ende bin ich aber froh dass ich das mal auch dann durchgespielt habe in meinem unternehmen und da hat man gewisse formate vorgegeben und die idee ist dass wir jetzt gucken das möglichst anzugleichen dass man mit der ähnlichen berichtsform auch die kai verordnungsvorgaben erfüllen kann und das vielleicht noch einsatz zu systematik innerhalb der eu digital gesetzgebungs vorhaben ist die datenschutz grundverordnung quasi das grundgesetz und alle anderen dinge die wir so kennen data act die markt und jetzt auch die act die bauen darauf logisch auf und unsere aufgabe ist dann möglichst günstig und effizient das umzusetzen frage an euch findet ihr den entwurf findet ihr dieses neue gesetz gelungen oder seht ihr der verbesserungsbedarf und habt ihr das gefühl als forscher unternehmer in der zusammenarbeit mit start ups werdet ihr da geknebelt also prinzipiell finde ich den schon in ordnung das was du hier ansprichst sozusagen die bürokratie dahinter ist eher wirklich ein drama mindestens mal hier in deutschland wenn zum beispiel uns das betrifft wenn wir ki systeme auch in unseren läden einsetzen wollten müssen wir uns immer mit 16 landes datenschutzbehörden auseinandersetzen und jede ich kann das wirklich ich kann das sagen 18 sogar meine kollegin die das macht die ist total stressfest die hat auch der spaß dran aber ich glaube ich den job nicht tauschen wollen also ich habe großen respekt vor ihrer leistung dass sie das jeweils durchzieht und das ist etwas was natürlich wahnsinnig auffällt weil wir haben dadurch einen wettbewerbsnachteil also wenn ich mit meinen kollegen dann von frantesco zum beispiel in england spreche in london kennen die gar nicht gut das sind ja auch nicht mehr in der eu aber aber auch zum beispiel die kollegen in den irland in holland habe ich gerade mit dem mit dem franz müller das ist der der ceo von a hotel haes ganz viele marken in holland der sagte kein problem in holland hat man ein ministerium ein ki ministerium die kümmern sich die machen die bildung also wirklich die bildung der bürger die helfen den unternehmen die machen nicht so die haben ja auch verschiedene bundesländer in anführungszeichen das funktioniert und wir stellen uns da so an ich sage mal so dass da da werde ich dann so bin ja wenig politisch aber an der ecke finde ich furchtbar also das ist auch da würde ich in die gleiche kerbe schlagen wie du aber ich will dich jetzt nicht abhören nein nein alles gut ich wollte nur sagen ich gehe absolut mit mit meinen beiden vorrednern erstmal der dsgv-objekt muss sein behindert aber die unternehmer ja also ich wollte das aufgreifen was du gesagt hast weil man politiker hier sitzen haben zufällig vielleicht hat auch ein paar kollegen kollegen länder das weiter erzählen kann die große befürchtung ist nicht also jetzt aus der forschung und aus den unternehmen mit denen ich gesprochen habe ist nicht der eu act als solcher sondern es ist die umsetzung die dann aus einer regulierung eine verhinderung macht weil einfach nicht die ressourcen da sind für die leute die diese sachen dann genehmigen definieren und so weiter also es sollte dieser standort vorteil den wir haben dass wir auch eine kultur haben dass sowas ihr aufgenommen wird sollte dazu führen dass da richtig rein investiert wird dass die prüfung nicht zu verzögerungen führt dass es da keine falschen entscheidungen und so weiter das muss gut aufgeglasen also vielleicht greife ich das mal auf weil er sieht jetzt nicht vor dass wenn jetzt mal rewe irgendwo einen agenten baut dass irgendeine behörde das abnehmen so ist es nicht sondern es ist im grunde in erster den erst mal eine selbstregulierung es gibt vorgaben und den unternehmen müssen die einhalten und eine behörde das müssen wir noch definieren welche das ist das ist ein teil der umsetzung spricht einiges für die bundesnetzagentur weil dort viel kompetenz ist die behörde kann wenn verdachtsfälle vorliegen wenn meldungen vorliegen eine prüfung von sich aus veranlassen wird es aber in der regel nicht tun solange kein verdacht vorliegt also das erstmal grundsätzlich vorweg von daher sehe ich da jetzt eigentlich gar nicht so die riesengroße gefahr bei den datenschutzbeauftragten da gebe ich dir völlig recht das ist eine katastrophe wir haben den bundesdatenschutzbeauftragten 16 bundesländer bayern hat zwei das macht in der summe 18 und wenn ich jetzt als unternehmensstandorte habe in mehreren bundesländern dann muss ich mich mit den rum ärgern weil die auch noch unterschiedliche auslegungen haben das ist ein föderalismusproblem in deutschland das kriegen wir auch so schnell nicht weg ein anderes problem ist er kulturell weil das ist eine erfahrung die ich gemacht habe noch als unternehmer wenn man so in größeren organisationen projekte machen will dann gibt es immer leute die wollen nicht dass dieses projekt gemacht wird und das einfachste argument ist dass man sagen datenschutz geht nicht wird ganz oft vorgeschoben und das andere ist wir hatten ein beispiel auf der konferenz da ging es um konkretes beispiel weiß ja nicht nur welches aber vergleich dänemark deutschland in dänemark für den gleichen sachverhalt produzieren die firmen 15 seiten dokumentationen im schnitt in deutschland 200 nicht weil das gesetz anders wäre sondern weil da so eine übervorsichtige mentalität auch in den unternehmen herrscht und die wird dann teilweise dadurch befördert dass ich datenschutzbeauftragte outsource dann sind die in der persönlichen haftung sind natürlich übervorsichtig und wenn ich jetzt rechnung schreibe als unternehmer als externer datenschutzbeauftragter ist es normalerweise so ich werde nach aufwand bezahlt das heißt ich habe eine motivation rechnung zu schreiben und treibt den aufwand hoch und es liegt aber auf der anderen seite dann auch in der in der verantwortung der unternehmen und teilweise auch der der behördenleiter vielleicht mal zu sagen ich muss jetzt nicht den super sicheren weg nehmen sondern es gibt auch noch einen anderen weg durch den datenschutzgrundverordnung und vielleicht entscheide ich mal für diesen weg der ist jetzt für mich vielleicht als der die entscheidung trifft risikoreicher aber bringt mich schneller nach vorne und das ist eben so ein bisschen auch die der punkt wo ich den ball zurückspiele und sage naja es liegt ja dann auch in den unternehmen zu interpretieren wie wenn ich die datenschutzgrundverordnung an und die kann ich eben so machen oder wie in dänemark ja ich kann das also den ball spiele ich sofort zurück weil und zwar wolle weil tatsächlich ist die situation bei uns so wir sind kritis relevant also ihr kennt ja die die randbedingungen kritische sozusagen infrastruktur für die versorgung unserer bürger auch mitverantwortlich da gibt es eine ganze menge heiße auflagen und die müssen wir eben auch tatsächlich abdecken finde ich auch total richtig und gut wenn wir jetzt aber mit neuen technologien auseinandersetzen und er oder im allgemeinen auch genia gehört mit dazu dann kann man sich vorstellen wenn wenn wir ein neues sagen wir mal ladenformat machen wir nennen das pick and go einige kennen das gibt ja in köln auch wo man reingeht es gibt keine kasse mehr holt das zeug raus packt das in seinen rucksack geht wieder raus alles fertig aus ende da haben wir tatsächlich ein geschlagenes jahr gebraucht nicht um mit den mit mit einem sozusagen die sgvo vereinen dazu zu reden sondern die rückfragen alleine aus dem ministerium wie funktioniert das warum geht das warum kann man das nicht anders machen und wir machen das ja nicht weil wir nur daran spaß haben also ich persönlich hatte da Spaß dran aber bei uns ist ja das problemen ganz anderes wir müssen ja automatisieren weil wir auf der fläche für unsere läden kaum noch menschen finden die diese arbeit machen wollen die ist leider nicht besonders gut bezahlt muss man dummerweise zugeben man braucht ein paar qualifikationen dafür man muss mindestens mal auch deutsch können man viele dinge sind nicht mehr da und ich sag mal so in der fläche haben wir wahrscheinlich 50.000 offene stellen die wir nicht besetzen können das heißt wir sie wir haben einen druck dass wir überhaupt die versorgung sicherstellen können und dann probieren wir solche formate aus zugegebenermaßen immer noch im homöopathischen bereich also wir haben paar tausend läden und wir haben glaube ich jetzt in deutschland knapp zehn läden die so automatisiert sind und die kunden lieben die aber das was hier jetzt gerade als diesen überraschungseffekt der für euch gar nicht so überraschend war aber wie gesagt für mich schon durch chat gpt da kommen ja ganz andere algorithmen zu tragen als die klassischen bilderkennung die wir alle noch aus der schule oder aus dem studium kennen da geht es ja nicht nur um ja das ist jetzt ein mensch oder eine katze oder ein auto oder sonst was und da gibt es ganz andere dinge die da geantwortet werden ja oder beantwortet aber tatsächlich und und ich bin sofort fertig für die klassischen algorithmen haben wir tatsächlich relativ einfache prüfe kriterien da können wir die die accuracy oder sonst was definieren sagen okay das gerät muss das liefern damit bei chat gpt gibt es überhaupt keine prüfkriterien weil das ganz anders funktioniert und da müssen wir aufpassen dass das nicht zu schnellen markt kommt um schaden anzurichten und da brauchen wir tatsächlich eine regulierung gerade für die jenna sachen das sei nicht blödsinn passiert bis hin zu politischer beeinflussung irgendwelche sachen kritisch und so weiter also das ist ein riesiges feld was sich da auftut weil die algorithmen anders funktionieren als die klassischen machine learning algorithmen deshalb kommen wir eher zu den startups jetzt gleich weil für das gen ai thema brauchen wir eben viele startups die sich mit den neuen business modellen auseinandersetzen müssen die dann wahrscheinlich wie auch immer weil es noch nicht so ganz klar wie kann man damit wirklich geld verdienen da sind wir auch erst am anfang und ich glaube da kommt genau dein thema jetzt rein ich habe ein bisschen angst du hast gerade eben von der schule gesprochen als ich in meiner schule war war deutschland export weltmeister und wenn wir uns die letzten drei großen technischen themen angucken das ist internet das sind soziale medien das ist cloud computing da hat sowohl deutschland als auch europa allgemein ein bisschen verschlafen so und ich glaube in amerika ist er diese mentalität great let's build first und in deutschland ist es eher great let's regulate first aber ich glaube nicht dass regulierung das verhindert hat dass wir in deutschland was analoges zu amazon haben oder oder zu google das hat das hat gründe wie kriege ich wachstumskapital wie kriege ich erwachtes kapital heißt es in den usa hier heißt es risikokapital da steckt auch viel dahinter aber aber nicht weil wir jetzt so viel regulieren würden aber aber viele brains haben ja im prinzip deutschland auch richtung usa oder sonst wohin verlassen weil das tatsächlich wie du sagtest tatsächlich einfacher ist woanders geld zu bekommen ja wir sind schon ich sag mal so ein bisschen feiglinge an der ecke was das risikokapital angeht für uns als unternehmen übrigens auch keine einfache sache wir sind zwar ein ziemlich großes unternehmen aber mit lebensmittel ist jetzt nicht so richtig großes kino mit geld verdienen das geht auch mit anderen unternehmen besser aber auch die büchern angefangen aber es ist ein riesen problem meine wir selber aus unserem bereich aus haben wir einige start ups ausgegründet tatsächlich und das sehen wir ja weil wir sind die gehören ja zu uns wir sehen das wachstum in anderen ländern überall stärker als in deutschland und das ist irgendwie erschreckend wir haben ja nun in deutschland eine relativ elaborierte förderlandschaft mit multiplen programmen an finanzierungsmöglichkeiten und dann zusätzlich in der eu ganz breites spektrum ist das nicht das was wir brauchen nein nein da würde ich sagen mal ganz weit davon entfernt wir haben zwar so eine kfw und so den hightech gründerfonds und was da guck was also im vergleich zu asien oder zu usa ist das alles kindergarten wirklich kindergarten also wir haben ganz gute bereiche für unternehmensgründungen jetzt exist das programm hilft also wenn ich mit jungen gründern spreche weiß nicht wie es bei bei dir war ob du auch von dem programm was bekommen was also es hilft jedenfalls einige die ersten schritte zu gehen aber was das problem ist ist das wagniskapital für den wachstumsfahrt scale up kapital das ist auch als problem erkannt da ist einfach eine ganz andere mentalität in usa und auch in asien und die usa haben da auch mit ja dapa das ist diese ursprünglich mal oder immer noch militärisch geprägte einheit die das internet ja auch mit aufgebaut hat die auch anders rangehen die technologie dadurch fördern dass dann dinge kaufen bevor die funktionieren und sowas fangen wir gerade an mit der sprint mit der bundesagentur für sprung innovation auch mit aufzubauen aber da haben wir natürlich jetzt einfach nachholbedarf von vielen jahrzehnten und in diesem bereich hinten da stehen wir nicht so gut da ich glaube vorne forschung ausbildung schule gründung sieht es gut aus und dahinter ist aber das problem und da müssen wir noch daran arbeiten selbst wir als großes unternehmen haben große schwierigkeiten solche seed invest sachen zu machen also für alle die sieht nicht kennen das ist so in der größenordnung so bis zu einer ich sag mal halben millionen würde man sagen 200.000 500.000 für ein kleines kleines team drei vier fünf leute die eine geile idee haben da kann man die mal starten mit manche machen bootstrapping das heißt die sparen sich das mehr oder weniger vom mamis und papis konto noch ab und versuchen dann damit zu starten aber der seed invest ist tatsächlich etwas was alleine vom aufwand für unternehmen unserer größenordnung viel zu heftig ist weil wir sind es gewohnt eher größer zu denken also unsere tickets sind dann ein paar millionen eher und sagen da gehen wir rein aber dann ist die suche nach unternehmen die dann zu uns passt schwierig das heißt wir landen dann bei der suche in unseren typischen suchfeldern dann eher im ausland wir gucken nach asien wir gucken nach usa und ein bisschen deutschland europa aber das ist die die ausbeute ist sehr gering ich würde es aber trotzdem anders sehen ich würde ein bisschen das was wir in europa haben doch hoch halten wollen im vergleich zu dem was in amerika passiert da sind ganz andere geldflüsse unterwegs also wenn ich angucke was mark zöckerberg auf dem konto hat oder was was google mal eben investiert in oder chip gpt oder open ai genutzt hat um die modelle zu trainieren und so weiter das sind ganz andere aber kurzes beispiel ich habe einen freund in japan besucht der zwei autos ein ganz modernen lexus toyota bla 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 mit allem möglichen schnick schnack und dann hat er noch ein bmw gehabt was soll da einen tollen nexus da stehen ja die stahl dicke die blech dicke die ist einfach anders bei den deutschen autos das heißt da ist eine wertigkeit eine robustheit hinter bei den sachen die wir machen die diesen schnellschüssen weitaus überlegen ist und wir müssen jetzt erst mal gucken wie wir diese technologie verstehen um sie dann zu monetarisieren wir können doch nicht eine technologie in den markt reinwerfen die exzentsiell in die lebensbereiche eingreift die gar nicht ausgreift ist wir können sich beispiele nennen da können wir jetzt zeigen wo wo die gen ai versagt also kann man an der totes vieles erzählen wie eine aus dem touristik bereich eine kundin möchte eine reise nach wien buchen sagt ich möchte nach wien mit meiner zweijährigen tochter was kann ich da machen welche segenswürdigkeit und so weiter und dann kommt als antwort von dem chat gpt also modernste variante momentan kommt als antwort ja in wien gibt es kostenlose kinder aufbewahrungsstätten da kannst du deine zweijährige tochter dann abgeben um dann richtig party zu machen und das möchte doch kein ernsthaft haben das ist jetzt ein anektonisches weil ich könnte könnte eine ganze ganze reihe erzählen von solchen dingen die inhärent in der technik drin sind und die wir auch nicht rauskriegen egal wie wir da die grenzen rausziehen und so was rauszulassen ich würde erst mal ein bisschen ruhig gucken was da passiert und insbesondere auf den eui act setzen dass man sagt wir müssen die algorithmen sozusagen erstmal überprüfen brauchen da den tüv damit das auch erstmal überprüft worden ist bevor es auf die menschheit losgelassen wird ich gebe dir recht dass wir in industrien chemie automobilindustrie wo wir nicht diesen jahrzehntelangen rückstand haben in der qualitätskontrolle und in der ultimativen qualität sehr weit nach vorne sind aber noch mal ich du hast auch das beispiel von china angebracht in china gibt es auch ein ganz oder oder asien allgemein gibt es ein ganz anderes verständnis zwischen zwischen industrie und forschung da gibt es einen accelerator also das ist ein unternehmensbeschleuniger für für start-ups von samsung das ist ein samsung accelerator und das ist ein selbstverständnis wenn dann start-up ausgebildet wird das ist dann zu zusammensung geht die fördermittel sind in der theorie da aber den weg das zu erreichen auch da die regulatorik auch da die die prozesse die 18 ansprechpartner die man hat darum kann ich kann nicht deinen deine aber durch kann ich doch so richtig bulletproof ai vorstellen und sagen made in europe oder made in germany dass das wieder wenn ich ein produkt in die hand nehme oder ausführen möchte dann weiß ich das ist geprüft hat der tüv und andere experten drauf geschaut und das kann ich auf die menschheit loslassen also ich würde jetzt mal so würde ich mal so ein bisschen hart dagegen halten weil ich jetzt nicht unbedingt glaube dass der tüv unbedingt da die beste adresse ist um da jetzt zu sagen da sollten wir tatsächlich an die an die richtigen universitäten gucken da gibt es ja ein paar wo wir auch wirklich leute ausgebildet haben typischerweise sind ja einige sehr deutsche studenten dann in die usa gegangen haben dort auch unternehmen sehr erfolgreich gemacht und die dürfen wir halt nicht verlieren also wir haben das konkrete beispiel wir unterstützen auch als rewe die universitäten das ist gar nicht so einfach also wenn ich zum beispiel doktoranten oder an den unis entsprechende masterstudiengänge oder auch sachen unterstütze das ist alleine ein bürokratischer akt weil wir natürlich auch keine auftragsforschung machen dürfen du kennst das also das muss man von hinten durch die brust ins auge andere in unserer branche machen dass über stiftungen also alle diese möglichkeiten gibt es zwar das ist echt anstrengend und genau aber das wie ist tatsächlich ein problem ja das und ich hoffe mir einfach mal dass wir wenn wir jetzt mit so einer neuen technologie wie gen ai daran gehen ist dass das wir gerade in den sehr sagen wir mal das ist eben bei den bei den juristen gesagt in einer sehr spezifischen domäne auch modelle vielleicht von von start-ups entwickeln lassen oder von neuen unternehmen die jetzt nicht so breit sind die auch hoffentlich dann auch genau nur diese fälle entsprechend beherrschen bis wir die allgemeine generative ki kriegen das gab das das dauert noch ein paar tage aber diese domänen das domänen spezifische wissen in den verschiedensten bereichen vielleicht die müssten wir fördern und da müssen wir jetzt reingehen und da sollten wir ziemlich clever vorgehen weil als industrie land und wir sind ja eigentlich wir haben ja keine rohstoffe die einzige rohstoff den wir haben ist brain und das müssen wir fördern ja und das kriegen wir durch die ki ja gut aufbereitet und das kriegen aus den köpfen in die algorithmen rein und ich sage ja nicht generell dass wir die ki jetzt erst mal zur seite schieben sollen es gibt bereiche wo sie sinnvoll ist gerade im kreativen bereich das ist ein unheimlicher spaß irgendwelche bilder zu generieren videos und so weiter riesig aber aber das ist meistens das ist auch noch die spannende frage wo kommen dann überhaupt business cases zustande ja und das mit generativen wo ich wirklich was mit anfangen im moment ist das natürliche marketing vollkommen okay das ist auch wichtig aber ich glaube die nachhaltigen kommen woanders her wir sehen schon wir springen hier von regulation zu forschung und entwicklung stand der entwicklung anwendungsfälle innovation infrastruktur also ist warum uns das thema hier auch so interessiert ist halt genau diese diese band party dieses geld gesellschafts durch durch wachsende was kai ja mit sich bringt ich würde jetzt gerne mal ganz kurz zurückkommen auch auf die also auch jetzt aufgrund des interesse auf die anwendungsfelder wenn ihr ki anwendet was heißt das wie wird das aufgenommen bei euch wie gehen die menschen damit um tatsächlich gibt es zwei große felder wenn man über ki nachdenkt ist wir nennen das auf der einen seite advanced analytics und automatisierung auf der anderen seite die advanced analytics sind klassisch mathematische verfahren die mit trainierten neuronalen netzen hat funktionieren ich sag mal viele der kolleginnen und kollegen die zu uns kommen finden uns ausgerechnet als retailer deshalb spannend weil wir daten bis zum abwinken haben 20 millionen kunden pro tag die hinterlassen irgendeine datenspur bei uns nicht unbedingt personalisiert aber auch personalisiert ihr kennt das alle mit den kundenkarten also dass das das damit kann man schon was anfangen global und dieses feld beackern wir schon ziemlich gut also wir können heute so ein bisschen keine internas wir sind ja fast unter uns wir können schon auf einem regal meter genau sagen wo die waren platziert werden müssen und zwar nicht nur global in deutschland sondern in einem speziellen laden mit einem bestimmten publikum in diesem laden wo welche waren am besten gekauft werden das passiert mit ki mit advanced analytics also nicht genere einer das ist ganz klassisch ki und das ist auch ich sag mal schon so seit ein paar tagen im einsatz also das ist nicht gerade ganz neu und das passiert glaube ich in der distribution wir wissen wann die warenströme sind wir wissen wann wir was neu bestellen müssen wann wir was kaufen müssen alle diese dinge sind seit jahr und tag standard und er hat das bei euch ja klassisch eingeführt als so eine entscheidung top down die technologie wird vorgestellt lucas ist das bei den start ups mit denen ihr zu tun habt das gleiche und bei den organisationen ja ich wollte noch kurz zu den zu den anwendungen übergreifen weil ich erlebe dasselbe bei bei mittler wird es größeren unternehmen dass die sehr viel auf die automatisierung und effizienzsteigerung gehen bei kleineren start ups erlebe ich aber viel mehr dass sie dass sie gen ii tatsächlich einsetzen in form von chatbots video avatar um mehr kunden interaktion und engagement loyalität zu fördern das ist ist der letzte punkt bei uns tatsächlich das was ich erlebe ist eine eine revolution bottom up das heißt dass wirklich mitarbeiter anfangen in ihrem alltäglichen leben kleine ki lösungen zu benutzen und dadurch einfach einen so großen boost erleben dass dass der chef irgendwann auf sie aufmerksam wird und sagt was machst du denn was hast du denn da auch gemacht und das ist dann so langsam über die abteilungen hinweg geht anders ist zum beispiel beim beim markt ist auf kopiloten das ist das eine etablierte unternehmensgröße sehr sehr viele unternehmen haben microsoft 365 und da wird jetzt auch diese kai lösungen drauf drauf gesetzt und vielleicht vielleicht befinden wir uns gerade an einem entscheidepunkt wo wo sowohl bottom up kleinere kai lösungen kommen als auch bald mit microsoft copilot top down ist eine hypothese seht ihr da schwierigkeiten in der compliance wenn solche tools in den organisationen von den mitarbeitern quasi in guerilla taktik eingesetzt werden ja spätestens jetzt ist ein verantwortungsvoller umgang mit kai die notwendig dazu zählt einfach das bewusstsein oder die aufklärung über dsgv was darf ich überhaupt in diesen wenn er jetzt ein chatbot oder so ein prompten und dazu zählen nicht zum beispiel also man muss bewusst sein dass man keine pei persönlich identifizierbaren informationen da rein posten natürlich keine unternehmensgeheimnisse weil die werden zu trainingszwecken in amerika gesendet so aber eine eine aufklärung eine ausbildung in in form von entweder ministerium oder ein datenschutzbeauftragten einen kai beauftragten innerhalb des unternehmens dass das würde schon viele dieser dieser probleme mit dem compliance das ist eine unwissenheit problem so würde es aufklären heißt dass wir brauchen in zukunft so wie wir jetzt über media literacy reden also medien kompetenz auch eine kai kompetenz unbedingt auf jeden fall klar das fängt ja schon ganz ganz früh an dass wenn es darum geht zum beispiel die pfax zu erkennen da ist eine medien kompetenz aber natürlich auch im umgang und ich finde das aber auch eigentlich genau das richtige evolutionäre vorgehen jetzt mal zu schauen im unternehmen wo kann mir in meinem arbeitsumfeld jet gpt beispielsweise helfen aber als mitarbeiter habe ich nach vor die verantwortung was mache ich damit das ist ja was ganz anderes als wenn ich jetzt jet gpt einsetze um einen agenten zu bauen der automatisch mit kunden kommuniziert also ganz andere schiene und von daher finde ich das gut so was machen wir selber in meinem büro auch ich habe gesagt wir müssen erfahrungen damit sammeln und meine mitarbeiter nutzen das beispielsweise wenn sie texte schreiben die einfach mal reinzugeben macht er mal einen vorschlag wie kommt man das besser machen und dann finden wir immer mal so ein zwei sätze ich habe mir das auch ein bisschen intensiver angeguckt wo dann die formulierung die jet gpt vorschlägt tatsächlich punktgenauer ist ja weil eigentlich vokabel ja die ist ein bisschen passgenauer und so tastet man sich langsam ran und das ist auch gut so und wenn dann die erfahrungen steigen damit dann kann man irgendwann in einer gewissen zukunft auch mal automatisierte produkte darauf aufsetzen bauen aber natürlich immer dann unter dem klaren vorgang vorgabe der der regulierung ja die 80 prozent wahrscheinlichkeit für halluzinationen die muss ich halt mit einpreisen aber die habe ich ja wenn ich agenten im callcenter habe auch also da hat ja sicherlich jeder schon geschichten erlebt was sie einem erzählen und das ist aber vielleicht auch noch ein punkt dass man jetzt nicht höhere erwartungen an systeme haben kann als an menschen mit denen ich arbeite können ja nicht besser sein am ende vielleicht können das aber ist nicht zu erwarten wahrscheinlichkeit nach also das wäre wenn ich das aufgreifen darf es wäre wichtig dass man sozusagen so ki sandboxen sandboxes hat wo man praktisch die mitarbeiter trainieren ausprobieren arbeiten dass das nicht diese guerilla taktik ist dass die tatsächlich chat gpt auf unternehmensdaten verwenden um dann also das wäre wo jeder das anfängt irgendwie zu flattern aber wenn man diese sandboxes wo das abgesichert trainiert und spielerisch erlernt das wäre großartig und dann auch irgendwelche fehler zu entdecken und durchzuspielen und so weiter aber nicht jetzt zu sagen es ist verboten und da machen sie es sowieso und auch nicht einfach reinzulaufen und zu gucken ja wir machen machen es einfach mal egal ob es schief geht oder nicht also ich glaube wir müssen das abgesichert machen dann sind wir wieder bei so einer art sanften regulierung also tatsächlich haben wir das ja auch gemacht wir haben im letzten herbst damit losgelegt und haben dann festgestellt dass die wenigsten dieser typischen anbieter das überhaupt anbieten das war das das war das erste problem das heißt also diese sandbox die angesprochen hast die gab es eigentlich nicht und dann haben wir natürlich selber irgendwelche dinge gebaut weil wir das prinzipiell da können bei uns und erst nach und nach sind dann die üblichen verdächtigen auch mit produkten rausgekommen wo wir gesagt haben okay das zeug bleibt auch in der sandbox und geht nicht raus aber was ich viel interessanter finde wir sprachen über ausbildung die schüler im allgemeinen heute also zumindest ich kann das aus meinem eigenen zu sagen die nutzen das einfach mal gnadenlos in der schule also also im gymnasium kann ich jetzt sagen die optimieren sich und automatisieren sich das schon so hin damit sie ihre aufgaben ihre aufgaben in kürzester zeit machen also ich glaube da setzt so ein so ein so ein trieb ein der da auch wirklich funktioniert also die lernen dann auch und die sehen auch was da teilweise für ein mist rauskommt man also schönes beispiel bei uns zu hause ist wenn es in verschiedene sprachen geht erst mal das übliche google übersetzen dann das thema zusammenfassen noch mal durch die bell der lehrer hat keine chance herauszufinden ob das durch wie viele maschinen das gelaufen ist und ob das ist dass das haben die drauf das musste ich denen nicht zeigen das ist aber auch im prinzip nicht viel anders als zu der zeit als ich zur schule ging ja ich habe immer das beispiel ich hatte latein und nicht immer lust die übersetzung selber zu machen und dann hat man die in vielen fällen abgeschrieben so und jetzt kann man das natürlich dumm machen man schreibt es eins zu eins ab gibt es ablegt ins heft oder man macht es zumindest mit einer gewissen intelligenz und guckt sich das an schaut sich an okay das hat also so gemacht kann ich vielleicht noch mal anders formulieren und wenn ich das dieses verantwortungsvolle abschreiben mit kai genauso mache ist es im prinzip nicht wie nichts anderes als früher latein aufgaben abzuschreiben die frage ist wie gehe ich damit um und aber genau das muss man eben lernen und auch vermitteln aber das sehe ich eher als einen punktuellen spielerischen einsatz eine hausaufgaben das andere ist wir haben jetzt einige fachbücher publiziert auch bei springer ein renometer wissenschaftserlag ai korrigierte korrektur fahren die möchte man nicht entgegen nehmen das ist eine katastrophe die verschlimmwässern die texte das heißt im professionellen bereich außerhalb der sandbox wird es dann schon anders genau das würde ich unterschreiben möchte man wirklich sehen in fünf jahren wo ihr tatsächlich ki agenten basierte system im einsatz habt im täglichen einsatz wo sie sich bewähren callcenter die sind einfach per se natürlich die leute die da arbeiten sind unterm grottigen stress das ist ist ein ausbeuterisches system wenn man diese callcenter sich anguckt da ist natürlich auch eine schwache kai ein bisschen besser als das also das ist jetzt kein richtiger wettbewerb wenn ich sage ich bin besser als ein callcenter sondern ich muss besser werden als der experte der irgendwie maschinenteil entwickelt oder wie du damals tragflächen und so weiter also die experten die wir haben aus der industrie die zu ersetzen und mit den tools vertraut zu machen das ist die herausforderung nicht diese sandboxes in der schule oder im künstlerischen umfeld oder so und da wird spannend und da brauchen wir tatsächlich so was wie ein tüv ist der tüv eine der institutionen die sich gerade fit macht für die überprüfung von kai immer aber ich beobachte das also wir haben tatsächlich bei uns mal ausprobiert also man hat auch fürs fürs marketing wichtig verschiedene avatare und ich habe sie dann auch irgendwann hergenommen und haben das natürlich mit unserem internen wissen zum beispiel und über unsere kaise über unsere it systeme dann das ding mal durch trainiert das heißt also man kann mich jetzt in mindestens 60 sprachen irgendwie mal interviewen und fragen wie geht das eigentlich oder wenn ich ein problem habe gibt es eine lösung in einem sehr engen sehr dedizierten bereich und das scheint zumindest was die mitarbeiter und so zurück zu melden also mein digitales ich beantwortet das verhältnismäßig korrekt also ich könnte wahrscheinlich noch noch reinsteigen aber aber das ist ja gerade dieser forschungsaspekt der durch solche tüvs dann abgedeckt wird um an prompt injection zum beispiel da einspielen kann und dann fängst du an rassistische witze zu erzählen das möchtest du nicht aber da haben wir tatsächlich dass das modell weil wir natürlich auch wissen wie man das wieder einigermaßen verhindern kann auch entsprechend sozusagen abgefedert das ist halt diese art ich sag mal wie nennt man es dieser kontrolle bzw auch der der restriktionen die man ja kennt und da gibt es auch wieder tricks wie man das wieder umgehen kann aber es ist zumindest mal auf diesem level in einer firma noch nicht mega öffentlich wir haben nur 40.000 sagen wir mal mitarbeiter die das nutzen würden nutzen nicht alle unsere 400.000 leute die wir haben aber da haben wir es zumindest mal im einsatz also ich denke was sich eindeutig zeigt ist dass wir hier über einen prozess reden der bei weitem noch nicht abgeschlossen ist den wir unter umständen auch noch nicht komplett verstehen also wir haben letztens noch gelesen über mit und wie gegrübelt wird wie bestimmte trainingsmechanismen eigentlich tatsächlich funktionieren wo sehr viel ja eigentlich sich auch experimentell noch zeigt im moment also wirklich ein ganz spannendes feld und diese diversen themen die ihr gerade aufgebracht habt all das wirft für mich die frage auf wir reden über digitale infrastruktur und digitale transformation hier in deutschland in europa das ist ja dann doch sehr viel mehr als nur mehr kabel legen und die internetbandbreite hochzufahren und serverfarmen aufzubauen ich glaube die währung der zukunft wird computing power so also wir müssen rechenzentrum aufbauen und in halbronn passiert ja auch gerade genau das mit der schwarzgruppe also doch rechenzentren als das zentrum der digitalen infrastruktur computing power ja ja wir brauchen computing power wir haben das deutlich unterschätzt und es liegt jetzt daran aufzuholen in der bildung aber auch in der in der it infrastruktur ich möchte mal sehen wie diese kosten tatsächlich wenn die mal offengelegt sind was da tatsächlich von open a investiert worden ist man spricht so von energieverbrauch der stadt new york um irgendwie so ein chat gpt system zu trainieren ich weiß nicht wo diese ganzen ressourcen herkommen das ist natürlich ein ökologischer aspekt und nicht nur wo das geld ist sondern auch wie man das geld einsetzt und welche ressourcen dafür verbraucht werden ich würde da mal abwarten was da passiert was wirklich die kosten waren um das durchzuziehen was was die gemacht haben wenn mit open a mit chat gpt die haben alle webseiten die es gibt gibt gescrapet um das modell zu trainieren und hatten sie immer noch nicht genug und dann haben sie angefangen youtube-videos zu scrapen und die texte daraus zu ziehen natürlich auch datenschutz völlig beiseite gelegt und google hat sich nicht aufgeregt weil die selbst so was gemacht haben also dann war diese krängeschichte wo die eine dem anderen das auge nicht aushackt und da ist eine situation die man in amerika momentan haben wo wirklich milliarden geldströme durchgeschloss werden von google zu apple zu microsoft was da passiert ich glaube das möchten wir so in der euro nicht haben also auch wenn da diese vc mentalität ist ich habe da startkapital für irgendwie eine super idee wir brauchen auch dinge wo wir die menschen mit der ki beglücken wo sie menschen das auch brauchen und nicht wo irgendwie geld hinfließt und das wäre zum beispiel so was dass man bürokratie abbaut dass man zum beispiel das medizinische system so umbaut dass die ärzte entlastet werden dass die pflege entlastet werden von den protokoll tätigkeiten und so weiter ich sehe bei diesen nicht ganz so sexy sachen sehe ich eigentlich europa an erster stelle dass wir gucken dass wir da rein investieren wie wir die industrie entsprechend effizienter gestalten wie wir den menschen das leben leichter machen können und da kann die ki tatsächlich einen beitrag leisten das müssen wir mal ein bisschen forcieren weil es nicht diese halb themen sind und vielleicht auch einen anderen ansatz fahren als die großen konzerne was ja gerade gesagt das trainieren eines modells hat einen immensen energieaufwand das ist natürlich dann auch ein kapital was dort geschaffen wurde was dann aber andere dies nachbauen auch wieder machen die trainieren auch wieder mit denselben daten und ich komme ja beruflich aus dem open source umfeld und das kann man jetzt auch open source mal von der programm von der programmierung umgebung weiter denken in open source artiges ökosystem für trainierte netze ja was was wäre wenn ich so ähnlich wie ich ein freies betriebssystem linux habt ein freies trainiertes generelles modell habe wo alle diese daten schon drin sind und dann können das alle nutzen ja das aber das scheint der meter mit lama 3 zumindest zu verfolgen das finde ich im moment genommen neben den technologischen sachen eine ganz interessante entwicklung die ich so nicht erwartet hätte bisher sind es ja alle relativ proprietär auf ihren auf ihren lms und lama 3 scheint was zu sein was man relativ gut trainiert auch kein kleines ding wo man wahrscheinlich erwarten könnte dass sich ein eigenes neues ökosystem bildet alles was wir aus open source historisch erkennen ja genau dass das ist auf jeden fall eine ziemlich heiße nummer ja es gibt sogar von google ein internes paper wo die gesagt haben hey wenn die open source community sich so weiterentwickelt mit den open source modellen dann stehen wir ganz schön blöd da wir müssen gucken dass wir mit denen irgendwie kooperieren deshalb ist vielleicht diese lama 3 geschichte auch aus diesem diesem fürchtung heraus erwachsen wir können das alleine gar nicht stemmen weil da die open source bedanke doch also noch ja noch haben auch ein geschickter business schacht von zuckerberg weil es ja nicht sein kerngeschäft ist und er hat damit was freigegeben was dann seinen konkurrenten quasi schade das muss man auch die motivation war wahrscheinlich gar nicht so altruistisch aber trotzdem im effekt gut wenn man darauf jetzt aussetzen kann und sich ein ökosystem über diese oben um diese open source netze bildet dann können wir alle von profitieren open source ist denke ich ein gutes stichwort auch wenn start ups zum beispiel auf open source technologie aufbauen und sich damit ja auch auf open source technologie verlassen müssen open source heißt ja oft das wird unterhalten betrieben und am leben gehalten durch eine freiwillige community von entwicklern hieße dann nicht auch unterstützung der stabilisierung von open source wäre teil der aufgabe für digitale infrastruktur ja das ist ein super stichwort das haben wir auch gemacht und zwar mit dem server and tech fand angesiedelt beim bundesministerium für wirtschaft und klimaschutz sind glaube ich so 20 millionen drin damit werden ganz gezielt kleine open source projekte gefördert und unterstützt die aber eine große breitenwirkung haben also zum beispiel open ssl bibliothek das ist für die bibliothek die ist in praktisch jedem handy drin und wird für verschlüsselung genutzt wird aber von einer ganz kleinen gruppe von leuten freiwillig gepflegt und um das zu verstetigen werden solche projekte jetzt gefördert durch diesen server and tech fand übrigens unter großer internationaler beobachtung und wenn wir mit digital politiker den usa reden die sagen was macht ihr da das ist ja cool und wir hoffen dass wir das noch weiter ausbauen können gibt es schon so die ersten ideen da muss man eigentlich nur eine bundesstiftung raus machen das mehr in die breite zu tragen mal als 20 millionen ist jetzt okay für so ein paar projekte aber im grunde muss man das hoch skalieren und in die breite tragen und dann wäre natürlich auch denkbar dass man da eine kai obensfonds community weiter mit mit stärkt und fördert aber das haben wir ganz klar als teil deswegen ist auch der name server and tech fand stärkung der deutschen und europäischen souveränität unabhängigkeit von den großen konzernen ist ein ein stichpunkt und anderer ist natürlich dann die harte infrastruktur breitband ausbau aber auch ein eigenes europäisches satellitennetz mobilfunkausbau und eigene rechenzentrums kapazitäten ist ganz klar dass wir das hier brauchen und das ist ja auch teil jetzt auf europäischer ebene gibt es das ipsa cloud programm gibt das ipsa muss man vielleicht erklären ist die abkürzung für important projects of common european interest wichtige projekte europäischen europäischen interesse und da gibt es eben dieses ipsa cloud programm daraus werden zum beispiel gaia x auch finanziert oder in dem rahmen funktionieren auch die werden auch teilweise die ansiedlung von großen chipfabriken jetzt in dresden und leipzig mit finanziert ist alles im rahmen dieses programms zu sehen und da sieht man wirklich dass die 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 lieferkette oder die wertschöpfungskette von ganz unten bis bis zum ende bedacht wird in meinen augen reicht das vom volumen her noch nicht da müsste im grunde viel mehr rein es muss 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 europäisch mehr rein aber zumindest die richtung stimmt noch mal gerade auf open source zurückzukommen trainingsprogramme oder kai ist ja nur so gut wie ihr training und das haben wir jetzt so immer mal wieder im raum gehabt training ist kritisch die qualität von kai ist kritisch jetzt haben wir aber auch um das thema kai sehr viel ängste gerade was urheberrechtsverletzungen angeht was das füttern von kai angeht und wir haben jetzt in europa sehr reichen kulturellen kontext und könnten damit ja rein theoretisch eine kai auch sehr qualitativ anfüttern frage an euch alle würdet ihr euren content für zum beispiel das training von open source kai zur verfügung stellen ich arbeite dran also fast täglich schreibe ich wer ich bin was ich mache in der gpt damit gpt mich irgendwann kennt ja ich finde es eine auszeichnung partiell also nicht alles das schon ja also grundsätzlich alles was ich auf meiner homepage veröffentliche steht unter der creative commons lizenz ich habe auch mal eine zeit lang vor als die kinder noch kleiner waren und ich habe abendsommerzeit hatte eine ganze zeit lang wikipedia ehrenamtlich mitgearbeitet und finde das konzept einfach super und wird das aber das das ist ein gutes beispiel jetzt gerade ein gutes schlagwort genannt kinderbilder würde ich nicht hochladen babybilder den ganzen pädophilen mist wer daraus erwachsen kann die sich damit also ich würde bei bestimmten sachen würde ich das einfach nicht hochladen und nicht publik machen und auch keine 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 modelle damit trainiert wird auch nicht meine tagebücher hochladen ich würde auch was nicht die wunschzettel der kinder würde ich nicht hochladen oder irgendwelche schaltungspapiere also weiß ich nicht nein es geht ja darum was du veröffentlichst dass das unter der open source lizenz steht also natürlich heißt es nicht dass man alle privaten dinge veröffentlichen es gibt zum beispiel ein prof aus den usa gemacht der auf seiner homepage in weißer schrift auf weißem grund veröffentlicht ich bin experte für zeitreise ein seriöser mathematiker menschen können das nicht lesen weiß auf weiß sieht man nicht die ki ist trainiert worden man hat die seite gesquept wenn man jetzt bei chat gpt nachfragt gesagt professor xy ist experte für zeitreise also man kann auch da mit der ki ziemlich viel schinden oder ich wäre vorsichtig was ich wo hochladen würde also wo wir über content reden noch mal eine technische frage urheberrecht wäre es technisch theoretisch möglich dass man die quellen die ki benutzt jetzt gerade zum beispiel im bild generativen bereich dass man die tatsächlich dass man eine azitat pflicht einführen könnte um zum beispiel die original künstler zu schützen deren material benutzt wird ich glaube nicht das kann man fordern technisch gesehen wären das ganz schöne klimmzüge die man da machen müsste weil die referenzierung im prinzip immer wieder gemacht werden muss und die entsprechenden inferenzmaschinen dahinter würden die spätestens eigentlich verlieren also ich wusste jetzt gar nicht genau wie ich das jetzt machen würde aber also es geht am ende um so eine vektor datenbank da wird jetzt technisch jetzt hier aber an der stelle würde es noch gehen aber spätestens bei der dritten vererbung wäre das thema durch also insofern glaube ich wird das schwierig und ob man da so viel aufwand reinstecken sollte da wird man eher die sachen dann nicht zur verfügung stellen glaube ich also rechtlich ist es jetzt so ich habe als erschaffer eines werkes kann ich kontrollieren oder theoretisch dürfte ich kontrollieren dass wer wie das verwendet wird und ich konnte ausschließen dass es für eine für eine ki zum training benutzt wird also ich habe das rechtlichen möglichkeiten faktisch werden die aber nicht berücksichtigt das beispiel war ja alle webseiten sind gescrapt worden und das ist alles da drin und das kann man auch im nachhinein technisch nicht mehr raussortieren von daher ist der zug eigentlich abgefahren ich sehe auch noch keine lösung dass dieses urheberrechtsproblem löst aber das andere analogon ist ja wieder zum menschlichen künstler künstlerin ja wenn ich jetzt ein buch schreibe dann fließen ja alle bücher die ich mal im laufe meines lebens gelesen habe auch in diese erfahrung rein und dann gibt es aber urheberrechtliche merkmale wenn ich dann über seiten plötzlich originaltexte habe dann ist das halt ein plagiat und wenn aber nur grundideen aus verschiedenen büchern das ist ja der natürliche vorgang reinfließen dann ist es halt normaler schaffensprozess und das wird bei ki ist das im prinzip vergleichbar aber was du gesagt hast diese kulturellen schätze die wir haben die können auch entsprechend dann monetarisiert werden indem man die offensiv jetzt diesen unternehmen anbietet so wie das jetzt zum beispiel auch springer also axel springer gemacht hat die welt arbeitet jetzt mit schädchen zusammen und stellt da die archive der alten zeitungen und so weiter rein dass die die legal skaten dürfen das wird auch in anderen bereichen der fall sein aber das rückgängig zu machen das halte ich für technisch sehr sehr schwierig wie du schon gesagt man kann es gibt kontakte so kontaktformulare auf open ai selber wo man als künstler eine anfrage stellen kann hey bitte nimmt meine daten aus den trainingsdaten wieder raus hast du das schon mal gemacht ich habe ich habe es mir angeguckt aber dachte oh gott dass du kriegst einfach keine antwort also diese formulare auszufüllen bringt nichts es gibt übrigens ein witziges tool have i been trained ähnlich wie helfen in pont da kann man nachgucken um welche bilder schon von einem benutzt worden sind von entsprechenden modellen ist ganz witzig dass man zu nachzuvollziehen wo man selbst benutzt worden ist um eine ki zu trainieren gibt es eine webseite die das einem ausspuckt also wir sehen wir haben ein riesenfeld dann ganz viel dynamik wir haben ganz viel auch bewusstsein über die herausforderungen die uns das feld ki stellt auch noch ganz viel offene fragen und viele unbekannte was das ganze ja auch wirklich spannend macht ich habe da wir jetzt langsam zum ende kommen ist noch eine frage an euch meine abschlussfrage wenn wir jetzt hier noch die gute fee oder die wunderlampe zur verfügung hätten und jeder von euch dürfte einen wunsch äußern was sollte passieren damit wir in zukunft alle genüsse genüsse der ki genießen können und uns nicht hier in einigen jahren wieder treffen um die dramen zu diskutieren die sich aus ki entwickelt haben ich fange einfach an weil du mich jetzt angeht wir brauchen einerseits den spielerischen umgang also gar nichts gegen die sachen die ihr macht aus start ups und so weiter absolut nichts dagegen aber wir brauchen auch diese bulletproof er wir brauchen praktisch diesen diese verlässlichkeit dass das modell dann auch in medizinischen ökologischen oder sonstigen fragestellungen verlässliche antworten gibt und da haben wir einen riesigen standortvorteil hier in europa den sollten wir nutzen und da sollten wir bürokratie nicht ganz frei aber befreit das umsetzen das wäre mein wunsch ja also ich sehe auch nach vor dem vorteil von regulierung und ich sage noch mal einen einen satz weil inzwischen in den usa gibt es in 16 bundesstaaten verpflichtende regeln und das wird als standortvorteil gesehen für firmen die sich dort ansichern ansiedeln weil sie eben diesen klaren rechtsrahmen haben also ich wünsche mir dass sich das gut weiterentwickelt aber am ende und vielleicht die frage nach der guten fee sind es ja immer noch menschen die die entscheidung treffen wie wende ich was an wie setze ich was ein und da ist eigentlich der wunsch wie in jedem anderen feld auch her von ganz großen themen wie krieg und frieden bisschen zu wirtschaft finanzpolitik dass die menschen das vernünftig anwenden das ist eigentlich das worauf es am ende ankommt ich wünsche mir einen verantwortungsvollen umgang ich glaube ist dafür gedacht nicht menschen zu ersetzen sondern deren fähigkeiten zu verbessern aber für diesen verantwortungsvollen umgang brauchen wir bildung und daran sind bedingungen die regulatorik und kulturelle auch geknüpft qualifikatorisch auch ja bei mir ist wieder ganz anders ich wünsche mir tatsächlich dass mich jenei oder ki im allgemeinen kreativ überrascht wo ich spaß habe ganz neue dinge zu sehen die ich vorher vielleicht von menschen so noch nicht gesehen habe also das was man vielleicht von einem künstler erwartet der einen erfreut mit irgendetwas das wäre für mich so das highlight wenn ich sage born dann siehst du die nächste rewe bilanz und dann bist du kreativ überrascht ich weiß gar nicht aber das darf ich glaube ich nicht sagen das ist ja manchmal ein trauerspiel aber egal aber denn also eine kreative ki dass das wäre so ein bisschen mein träumchen wo ich sage die kann ja mich haben mehr als unterhalten das wäre irgendwas cooles ich hoffe aber dass die ki tatsächlich nicht kreativ wird sondern ich glaube dass die kreativität was menschliches ist und ja aber das würde mich trotzdem überraschen und ich bin da total offen super ganz herzlichen dank an euch ich finde das war eine sehr lebendige und sehr spannende diskussion und ich denke wir werden da alle dranbleiben werden die fortschritte weiter verfolgen und beobachten was sich jetzt als nächstes daraus entwickelt und natürlich dann die daumen drücken dass das alles zu unserer aller nutzen sein wird und und sich positiv weiter gestalten lässt danke euch auch ihnen hier im saal und zuschauend herzlichen dank dass sie heute dabei waren ich hoffe sie haben das auch alles genossen und fanden die unterhaltung sehr spannend so spannend wie wir hier ich hoffe sie sind auch nächstes mal wieder dabei der nächste wirtschaftstalk wird im august sein auch wieder mit einem spannenden thema jetzt gibt es für alle die interesse haben und lust noch ein kaltgetränk und auch noch mal die chance bei konkreten fragen wir hier zum teil auch schon aufgekommen sind noch mal unsere gäste hier direkt anzusprechen und vielleicht auch noch mal neugierig nachzuhaken ganz herzlichen dank und ich wünsche ihnen noch einen schönen abend die 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 wie Vielen Dank.